Rote Rosen Vorschau Folge 3795 Jeddah versucht, über ein schwarzes Brett für Unternehmerinnen Gewerbeflächen für ein Start-up zu mieten. Doch Doris taucht am Tisch der Bürger auf und boykottiert den Plan mit einer Theateraufführung. Aber das ist noch nicht alles, sie taucht bei ihrer Mitbewohnerin auf und sagt Jeddah und Stilei direkt, dass sie das Start-up von Simon und Charlotte zerstören will. In diesem Moment kommt Simon nach Hause und überrascht alle. Annette wurde durch die Anschuldigungen des Staatsanwalts unter Druck gesetzt und verängstigt. Sie verliert die Beherrschung und behandelt Carla ungerecht. Doch Carla sieht den Druck auf Annette und stellt sich auf ihre Seite. Als Lilly lügt, um Zeit mit Noah zu verbringen, reagieren Britta und Hendrik wie ein etabliertes Paar und schimpfen mit ihnen. Britta erkennt, dass sie Hendrik wieder als gleichberechtigten Partner akzeptieren kann, weil er rein ist. Silke verrät Jorik, warum Amelie ihn verärgert. Amelie und Jorik können sich versöhnen und ihre Beziehung ist enger denn je. Aber Silke konnte es nicht ertragen. Amelie rausgernet. Amelie, Gero. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020